Kunst der Arbeit Stündlich ein Glas Wasser oder, wie so regelmäßiges Trinken, einen Leistungsunterschied ausmacht. Unter Stress versäumen wir es gerne, ausreichend Flüssigkeit zu uns zu nehmen. Unser Durstgefühl lässt in diesem Zustand nach, denn verhaltensbiologisch macht es keinen Sinn, sich am Wasserloch zu laben, wenn man gerade flieht oder kämpft. Dies hat im Berufsleben verheerende Folgen. Schon ab einem Wasserverlust von 1% Körpergewicht vermindert sich die Konzentrationsfähigkeit, was schnell zu einem merklichen Leistungsabfall führt. Selbst ohne besonderes Schwitzen verlieren wir täglich 2 bis 3 Liter Wasser bei Hitze oder körperlicher Anstrengung deutlich mehr. Sind wir einmal dehydriert, hilft kein hastiges Trinken mehr, denn unser Körper kann nur in Etappen Flüssigkeiten absorbieren. Der Rest wird einfach ausgeschieden. Für eine optimale Leistung ist es unausweichlich, stündlich ein Glas Wasser oder ungezuckerte Kräuter- oder Früchtetees zu trinken. Koffeinhaltige Getränke verstärken die Wasserausscheidung und sollten nur in Maßen konsumiert werden. Obst- und Gemüseschorlen wiederum führen dem Körper Vitamine und Mineralstoffe zu. Eine übertriebene Flüssigkeitsaufnahme ist allerdings ebenfalls zu vermeiden, da dadurch der Salzhaushalt durcheinander gerät. Weiteres zu diesen und anderen Themen finden Sie unter kunstderarbeit.de EmperClip 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 EmperClip